Es war für mich ein extrem prägendes Buch, wenn man das so lest in der Zeit, wo auch dieses Spiels zusammen vom Alter her, dann ist das etwas, was einfach sehr, sehr prägend war und das ist glaube ich eines der Bücher, was mich wirklich sehr beeindruckt hat und was mich noch sehr beeindruckt.